Hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem Wetter.net-Spezial am heutigen Freitagnachmittag. Ja, es gibt wahrscheinlich viele Menschen, die freuen sich über die aktuelle Hitzewelle. Doch die Hitze, die wird über so einen langen Zeitraum zu einer ziemlichen Belastung, denn die Tage sind sehr heiß und vor allem die Nächte. Die sind teilweise tropisch, das heißt die Temperaturen sinken nachts nicht unter 20 Grad. Und das bedeutet eben auch, man kann vielfach nachts nicht gut schlafen, zumindest dann nicht, wenn man keine Klimaanlage hat. Und das wird wohl bei den meisten der Fall sein. Und in Dachgeschosswohnungen wird diese Wetterlage wirklich richtig unangenehm werden. Da heizen sich die Wohnungen teilweise je nach Dämmung auch mal auf über 30 Grad auf. Und diese hohen Temperaturen, die bekommt man eigentlich abends und nachts kaum aus dem Haus oder aus der Wohnung heraus. Ja, aber schauen wir uns mal noch andere Dinge an, die diese Hitze mit sich bringt. Zum einen entfällt auch kein Regen. Es bleibt trocken bis zum nächsten Donnerstag. Einzige Ausnahme lokal mal ein paar kurze Wärmegewitter, Hitzegewitter. Und wir sehen morgen die Waldbrandgefahr, die ist bereits verbreitet sehr hoch. Verbreitet Stufe 4, die zweithöchste Warnstufe und hier regional im gesamten Osten, aber auch punktuell hier im Westen und in der Mitte die höchste Stufe 5. Also eine sehr hohe Waldbrandgefahr. Da kann es gleich zu einem Brand kommen, wenn man irgendwie unachtsam ist in den Wäldern oder auf den Wiesen. Also unbedingt vorsichtig sein. Entspannter ist die Lage hier in Süddeutschland. Dort gab es ja auch vor allen Dingen am Montag und am Dienstag diesen heftigen Regen. Und deswegen ist hier alles noch relativ feucht. Ja, viel Regen ist aber nicht in Sicht. Das hier sind die Regensummen bis zum nächsten Freitag, bis zum 14. August. Und wir sehen, verbreitet bleibt es einfach trocken oder maximal bis zu 5 Liter Regen pro Quadratmeter. Hier und da auch mal bis zu 15 Liter Regen pro Quadratmeter. Aber das sind alles nur punktuelle Angelegenheiten. Diese bekannten Schauer und Gewitter, der bekannte Tropfen auf den heißen Stein. Großflächiger Landregen ist bis zum nächsten Freitag in Deutschland nicht in Sicht. Und sehr wahrscheinlich geht es auch danach erst mal relativ trocken weiter. Nach dem deutlich zu trockenen Juli könnte also auch der August in vielen Landesteilen eine neue Trockenheit bringen. Ja, der Blick auf die Frühwerte, der zeigt uns teilweise morgen früh Temperaturen über 20 Grad. Vor allen Dingen hier in den westlichen Regionen, in den Ballungsräumen Temperaturen am Samstagmorgen um 21 bis 22 Grad. Aber auch Richtung Berlin geblickt. Auch hier die Nachtwerte teilweise bei 21 Grad. Morgen früh als Tiefstemperatur. Ein bisschen angenehmer hier im süddeutschen Raum. Hier liegen die Werte morgen früh bei 14 bis 17 Grad. Ja, am Sonntagmorgen geht es ähnlich weiter. Die Bereiche mit Temperaturen über 20 Grad als Tiefstwert, die werden langsam aber sicher immer größer. Hier im Westen 23 Grad am Sonntagmorgen. Da ist also ein erholsamer Nachtschlaf kaum noch möglich. Entspannter dagegen weiterhin hier Richtung Alpenrand. Werte um 17 Grad. Ganz unten an den Alpen auch mal Temperaturen um 12 bis 14 Grad. Aber sonst doch sehr hohe Nachttemperaturen. Und auch der Montagmorgen wird sehr warm ausfallen. Der Start in die neue Arbeitswoche bringt im Westen teilweise Frühwerte wohlgemerkt um 24 Grad. Also fast ein Sommertag als Nachttemperatur. Und auch sonst sehr hohe Nachttemperaturen im Raum Berlin um 21 Grad. Im Rhein-Main-Gebiet um 23 Grad. Und etwas kühler bleibt es nur hier Richtung Alpenrand. Hier teilweise auch mal Temperaturen in der Früh um 12 bis 14 Grad. Das ist also hier noch relativ erfrischend am Morgen. Aber sonst im großen Rest des Landes. Da sorgt diese Hitze in der Nacht auch für sehr hohe Temperaturen. Und wir erwarten zahlreiche tropische Nächte hintereinander. Wahrscheinlich gibt es Tropenächte bis zum nächsten Freitagmorgen. Das ist also schon eine sehr starke Wärmebelastung in der Nacht und eine sehr starke Hitzebelastung am Tag. Ja, das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Mein Name ist Dominik Jung. Ich bin Diplom-Meterologe bei wetter.net. Und wenn euch unser Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und auch unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube abonnieren würdet. Tschüss und ein schönes Wochenende.